Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich wünschte, du hättest jemanden. Ah, du bist mein Mädchen. Craven! Gott, steh mir bei! Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen, aber offenbar war Detective Thomas Craven Ziel eines Anschlags. Da ist jemand bewaffnet und gefährlich. Was glauben Sie, was ich bin? Wie kommt er damit klar? Hierbei, Emma Craven. Hallo? Mr. Craven, wir haben einiges zu besprechen. Etwa, wie Sie heißen und was Sie hier tun? Etwa, wer Ihre Tochter erschossen hat. Was hat meine Tochter hier gemacht? Was sie gemacht hat, ist streng geheim. Emma Charlotte Craven galt als Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Das passt nicht zu meiner Tochter. Sie reden alle von Macht, aber Sie wissen nicht, was das heißt. Fälle wie dieser werden nicht gelöst. Man kann einfach nicht A mit B verbinden. Woher wissen Sie das? Menschen wie ich sorgen dafür, dass sie nicht A mit B verbinden können. Wollt ihr mich etwa bis Boston verfolgen? Willkommen in der Hölle. Was für ein Gefühl ist das? Wir müssen die Aktion abbrechen. Zu spät, sie wurde schon gestartet. Ich werde niemanden verhaften. Das mache ich auch nie. Der Fall ist eine Nummer zu groß für Sie und Sie sind nicht zuständig. Emma Craven war meine Tochter. Ich bin der Mann, der nichts zu verlieren hat. Schnallen Sie sich lieber an! Wollen Sie lieber am Kreuz hängen oder die Nägel einschlagen?